So, willkommen zurück, nächstes Level, wir haben gerade bestanden gehabt, 37.000 Holz-Stahl-Hetraulik-Seil. Oh, Holz-Stahl-Hetraulik-Seil. Ah, soll ich runterziehen da? Hoch. Seil. Machen wir nochmal eine Seil von hier. Ach, da habe ich jetzt ein Seil. Das geht noch nicht. Hä? Hä? So. Nochmal. Das und das. Okay, da, 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 da. Musik 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 So. Und das kann nicht funktionieren. Euer Frau Fernseher. Oh Gott, mein Geld ist in aller. Heftig, das hält. So. So. Und das. Bisschen so machen, ey. So. So. Und jetzt bauen wir noch eine Hydraulik hier rein. Einfahren. Ausfahren. Schauen wir mal. So. 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 das seil das seil wieder dran waren. So. hmmm schau mal ob da was ändert. Oh, schön flach, schön flach Nein, nein, nein So So, komm Und ein Tampet aufsetzen Kriege ich das noch irgendwie ein bisschen gerettet? Weg 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 So, auch weg Baume, erst mal Ja So Ich werde mich stabil Entrauling Hier noch da Ausfahren Ich weiß nicht, können wir das mit Cyan irgendwie noch stützen? Oh, jetzt mal probieren Oh, jetzt mal probieren Oh, jetzt mal probieren Oh, jetzt mal probieren Tomi Tee Braut Und? Schauen wir mal Was passiert jetzt? Hängt das an der Strasse oder an der Brücke? Hängt das an der Strasse oder an der Brücke? Boah, Moment, da habe ich doch fast So. So. Mal schauen. Bisschen stabiler machen. Ich sag, gings nicht ganz so hoch. Verflucht. Warum hat das alles nachgegeben? Hält. Hält. Und reißt ab. Verdammt. Erneut versuchen. Hält. 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 So, ich hoffe wir haben das mal so. Wow, warum ist das jetzt abgebrochen? So. So. Jawoll, es hält! Oha! Oha, es hat gereicht! Platz 10.000. So, dann auf ins nächste Level. Ich sage tschüss und tschau, bis zum nächsten Mal.